gespannt an hatten voll so wie geht es denn hier weiter so hat die richtung im 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 Hier war noch ein Helm. Hier ist auch noch was. Ja, so ein paar Samen kann man hier sammeln. Oh ha! Hier sind wir da. 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 Oh looky what I found. I don't know Sam, what is it? It's a lots door. But you hate those, don't you Sam? Yes, yes I do. And you know what? I bet Rodriguez won't run into a single one of these. Genau, ein Schlüssel holen, ne? Ja. Why can't these things ever be under the doormat? Jo. Gesundheit voll, das ist gut. Alter, unser Mainziel hält 1000 Meter, aber das ist ja in dem Spiel nix. Das stimmt. Ich hätte einen ja sogar von der Wand runter. Ah, Gadget habe ich gefunden. Echt? Naja, ich hätte so ein... Warte mal, dieses... um Leben zu erzeugen, irgendwie. Ach das, ja. Gadget aktivieren, ausrüsten, rotieren. Alter, was ist das denn? Das ist voll übel, ne? Ich weiß nicht was... Was ist das? Oh ja, ich hatte... Was ist das? Was ist das? Oh ja, ich kann. weiter folter wir wollten es aber eben wissen es gibt es auch wieder eine neue waffe glaube ich vollautomatische schrotflinte ich würde mal interessieren ob so eine schrotwaffen schrotflinten wirklich gibt es wo du so fünf sechs schuss reinpacken kannst oder so mehr ushs ist glaube ich ushs 12 oder so okay die hat entweder so ein trommelmagazin oder hat so ein längliches und schießt halt nicht so schnell wie das ding aber es ist ein automatisches schrotflinte also vollautomatisch und die schießen schon mit laser ach das ist doch da wo du es ist nicht da wohl freundlich weiter gekommen sind ein bisschen an star wars angelehnt ja ist übrigens auch bei denen wo schaffen hier ja ja das übrigens auch bei dem einen monster so was die arme hat aber keinen kopf und dann so drei punkte auf der brust hat ich hab sonst so ähnliches hier gibt es was da muss auch das wäre wunderbar am besten ist ja noch dass dieses deutsche verkehrsschild was hier steht hier müssen fahrrad fahren und es gibt was zum einsammeln hier gibt es auch so ein gadget auch noch ein erfahrungspunkt so sammeln mal ein habe ich schon immer auf es gehen wir den gleich mal ich habe null punkte hier in der kiste ist er ach so ich dachte wir kriegen dann beide das nur meine waffen so ne ne bei den waffen ist es auch nicht was wenn er wenn ich diesen granatwerfer eingefroren sammelt habe hast du den glaube ich auch bekommen ob man mit diesem maschinengewehr da musst du extra zurückgehen um es einzusammeln stimmt ja aber schön und jetzt kommt gleich wieder eine arena oh ja das schreit schon danach jetzt auf jeden fall schon mal schön was in die mitte gelegt ich kaufe oh komm JENNFER warte lasst das Das war's für heute. 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 So, jetzt haben wir... ...freie Bahn mit Marzipan. Propaganda-Satellit platt. Da hinten ist was fettes Gelbes. Das muss ich mal machen. Das war's für heute. Well, at least we don't have tourism anymore.